Jetzt hat man gestern, wir haben den Tisch mit dem Lied, in der Nacht, in der Saison. Berger, jetzt im Durgau-Boot, Roland, Michel Berger, hat nicht die Zeit antreten, um Martin Oliver Bürki, mit 1.07.18 im Moment, setz dich. Aber jetzt kommt ein Zuffenhaus, jetzt sehen wir nur noch Porsche, 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 Porsche. Ich bin nicht mehr, ich bin nicht mehr, Koni, Tag, Nutzer, die Bündnis, Kollege Marcel Vard, 1.08.10, Rang 7. Also der Willi Yenny, der Nächste, der war ja 3. vom ersten Trainingslauf. Viele haben nicht gefehlt auf der Spitze. Und...